Hallo YouTube Nein, ich bin tot Ich bin der ersten Folge gestoppt Ich werde sterben Was? Wo? Ich seh dich, ich seh dich Ich seh dich, ich komm, ich komm, ich komm Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Ich bin ihm zu tot, ja Nein Ich konnte nichts machen, ich bin gelaufen Nein Ich bin gelaufen 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 Deswegen habe ich mein Schwert verzaubert. Hast du jetzt kein DIA-Schwert, ne? Nein, nein. Oder wollen wir DIA-Schwerter machen? Erst mal mache ich meine komplette Rüstung verzaubern. Das ist eigentlich auch nicht blöd, ey. Immer auf 1. Oh, 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 nein! Hinter deinem Schwer. Nee. Pet is online. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber gut. Der ist ungefährlich eigentlich. Stimmt, das ist nicht blöd. Vor allem Redstone Tour oder sowas. Ja. Wir müssen sowieso eigentlich Spielpartner in TNT sammeln, um selber Falten zu machen. Ja. Oh, nein! Unser Feldbund ist da trampelt. Was? Ja, hier. Schau es dir an, alles weg. Also war hier jemand. Anscheinend. Ey, wir müssen weg hier. Wir müssen weg. Alter. Lass uns... Scheiß, auch nicht, ist das Zuckerrohr nicht weg. Nein, das Zuckerrohr ist noch da. Hä? Aber vielleicht... Nee, ein Zuckerrohr fehlt. Und es wurde auf jeden Fall Zuckerrohr geklaut. Ich verzauber mein Schwert. Auf Level 1. The Bane of Arthropods. Aber ist gut, deswegen habe ich mein Schwert verzaubert. Hast du jetzt kein Dier-Schwert, ne? Nein, nein. Oder wollen wir Dier-Schwert erwarten? Oh, nein! Oh, nein! Bane of Arthropods. Ja, aber... Weiter weg, weiter weg, 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 weg. Wieso sehe ich die nicht zum Teufel? Fuck, man. Fuck, man. Hier oben sind sie. Hier oben sind sie. Ja, mach sie fertig. Die bauen Lava runter. Die sind doch nicht dumm, die paunen auf jeden Fall. Hier ist er. Ungespielt mit Verzauber der Rüstung. Ja, sicher, sicher. Mach die bereit. Bleib, komm, bleib im Gang. Geh weg, 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 weg. Nein. Gott, alter, schlag. Hier ist er, hier ist er, hier ist er. Ja, 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 da ist er. Los, komm, hol den, den, hol den, den. Ah, fuck. Ich brenne. Er brennt auch. Nein, ich bin tot. Nein. Gibt's nicht. Wie gut sind's. Ja, ja, ja. Oh. Wenigstens der Arsch ist tot. Oh, ich hab mich schon mal getroffen. Oh, oh. Oh, Gott, Simon. Nein, du bist irgendwo runtergefallen. Ja. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Nein, er stirbt. Er stirbt. Ich werde sterben, ich kann mich nicht löschen. Ich kann mich nicht löschen. Nein, Simon, nein. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Nein, er stirbt, er stirbt. Ich hab jetzt kein Wasser mehr. Ich hab jetzt kein Wasser mehr. Ich hab Schaffe getötet, ich hab Schaffe getötet, ich bin tot. Ich bin tot. Ich kann mich nicht löschen. Äh, was hab ich jetzt vor? Ich gucke erstmal. Ähm, Workbench... Hab ich keine? Einfach so in der Hand? Das ist aber eigenartig. So. Nein, was hab ich getan? Wasser, Wasser! Willkommen zu Folge... Äh, ich glaube 16. Ich musste in die Aufnahme-Konfi schreiben. 16. Zack. Und wie wir alle wissen, ist mir in der letzten Folge das Schönste auf diesem Planeten passiert. Und zwar hab ich mal wieder meinen Teampartner verloren. Da ist uns... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein, ich sterbe! Es ist der Wahnsinn. Aber ich hab es verdient. Unglaublich! Auf den Server! 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 Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße! Hier war jemand! Nein! Surprise, motherfucker! Nein! Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! 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 Oh nein! Nein! Ich setze hier so eine Cobble- äh, Road of Pain. Oh mein Gott! Ah! Scheiße! Ich hab ihn ausgeladen! Ich hab ihn ausgeladen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und jetzt auch noch Internetprobleme. Na geil! Was ist denn hier gerade los? Lass mich rein! Und direkt Screenshot! So! Das darf man nicht! Das darf man nicht! Hier ist Lava! Man darf keine Lava hier setzen! Ja! Okay! Ich darf alle mehr Sachen wieder haben! Screenshot hier! Darf ich alle wieder haben! Man darf hier keine Lava setzen! Ich hab Mo getroffen! Zweimal! Lass uns reinrennen! Komm! Goldapfel! Das ist dein Apfel! Komm! Okay! Rein! Nein! Oh fuck! Ich hab Moor! Ich sterbe! Ich auch! Ich bin fast tot! Ich bin tot! Ich bin auch tot! Nein! Nein! Ich bin jetzt tot! Zahnger! Zahnger! Mein Schnase vorbei! Nein! 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 Was mach' ich jetzt? Leider sind jetzt alle Ettglicks weg! Wo, 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 wo. Ich muss einen Beruh aufgeben! Denn ich bin leider abgetrieben Ah, darf Arnie wieder rein? Das ist so eine Scheiße, dass wir das nicht geregelt haben. Nein, darf er nicht, das wäre auch unfair. Das war's, das war's, das war's Und irgendwie hatte ich ihn... Ja, tot Darf ich jetzt rein? Nein Ja doch, jetzt darf Arnie rein, jetzt darf Arnie rein. Es macht auch keinen Sinn, dass er noch die Ewigkeiten da alleine rum... Na klar. Oh fuck, oh fuck, okay, das war's Das war's. Das war's. Okay. So! So, da ist ein bisschen... Schmiedekunst, Schläge ist so heftig, ne? Sorry, muss man aber sagen Ah, hier ist eine Höhle. Oh, da ist ein Skelett. Und ein Zombie und ein Creeper. Achtung! Da kommt ein Creeper um die Ecke Na, kommt alles rüber. Geh weg, geh weg, komm zurück Komm zurück, hier, hier hinter Oh, oh, ich hab nur noch ein Herz Renn, renn, renn Oh, der kleine Scheiß-Zombie Und noch ein Zombie Ah, das ist mit dem Legs Tot! Ich bin tot! Warte, ich muss auf Ich bin tot, ganz einfach, ich werd dazu jetzt was sagen Ich werd, ähm, wie vielleicht ein paar von euch wissen Habe ich, äh, zweimal überzogen Also, die Folgen zweimal über 17 Minuten gemacht Und, äh, bei der letzten, also, bei der Folge, wo ich in die Base von Spark auf Phoenix gegangen bin Da hab ich am Ende noch außerdem in die Kiste kurz aus Reflex aus Versehen halt reingeschaut Ich hab halbe Leben, ich hab halbe Leben, ich hab dreieinhalb Herzen, zweieinhalb Herzen Ein Herz Ich bin, ich bin... Oh, fuck Komm, 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 komm Komm, 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 Kars-Crafter mindestens auch noch... Fuck! 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 Nein! Nein! Komm schon! Nein! Verdammt nochmal! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tot Ich bin doch so... Fuck! Was? Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Ich schwör, das gibt's doch nur bei Roller Ioooooooh! Warum schweigel? Oh, ich schwör es! Ich bin gestorben! Ich bin gestorben! Ähm... Verdient hab ich's natürlich ein bisschen, klar Aber erstmal die ganze Geschichte Wie ihr vielleicht wisst, wenn man in Minecraft Blöcke vor ein Portal setzt Dann kann man nicht mehr durchgehen Da wird man nicht mehr teleportiert Und ich dachte mir, hm... Das ist ja eigentlich einfach so... Was? Was? Echt? Echt? Vorsicht! Und ich bin schon tot! Das ist, sich nach Lava anzuhören Das ist kacke Aber vielleicht... Nein! Nein! Nein, ich bin tot! Ich hab kein Wassereimer, ich bin tot! Nein! Nein! Bitte hör auf zu brennen! Hör auf zu brennen! Bitte hör auf zu brennen! Nein! 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 Uh, Creeper! Hinter dir! Creeper! Haben wir das nicht sogar gerade angekündigt, Alter, dass das passieren wird? Alter, nein! So was auf dem Senkel? Nein! Nein! Er ist hier! Er ist da? Ja! Der ist hier! Gute Namen gesehen! Ja, er ist hier! Der killt mich, der killt mich! Nein! Was? Ich brauche... You're downing your knees. He's wired, he's got a bomb. There's no more. One, two, two. Don't shoot. No. Bring the rain. Hold your fire. Stay down. Stay down.